Im Anwendungsfalldiagramm ist auch eine Beziehung zwischen Akteuren bzw. Akteurinnen möglich. Nur die einzige Beziehung, die hier erlaubt ist, ist die Generalisierung. Die Generalisierung kennen wir aus dem Klassendiagramm. Sehen wir uns die Bedeutung der Generalisierung im Zusammenhang mit Akteuren bzw. Akteurinnen an. Betrachten wir also die Generalisierung zwischen Akteurinnen genauer. Hier haben wir eine generellere Akteurin A und eine speziellere Akteurin B. B erbt von A, wird wieder durch den bereits bekannten Generalisierungspfeil dargestellt. Die Generalisierung ist eine Is-E-Beziehung, ist Einbeziehung. So kann ich natürlich auch hier schön sagen, eine B ist auch eine A. Damit wird es auch klar, dass B alle Anwendungsfälle von A ausführen kann. Dementsprechend gilt, dass B X ausführen kann. Da besteht eine direkte Beziehung. Und weil eine B auch eine A ist, kann B Y ausführen. Das heißt, diese Beziehung wird an B vererbt. Für eine A gilt natürlich, dass Y ausgeführt werden kann, aber eine A kann nicht X ausführen. Grundsätzlich ist die Mehrfachvererbung auch bei Akteurinnen erlaubt. Sehen wir hier uns ein typisches Beispiel für die Verwendung von Vererbungen bei Akteurinnen an. Im linken Beispiel hier haben wir eine Studierendenabfrage und dieser sind zwei Akteurinnen zugeordnet, nämlich eine Professorin und eine Assistentin. Und wenn ich zwei Akteurinnen einem Anwendungsfall zuordne, bedeutet dies, diese beiden müssen miteinander diesen Anwendungsfall ausführen. Das heißt, ich benötige eine Professorin und eine Assistentin, um die Studierendenabfragen durchzuführen. Das ist ungleich zum rechten Fall, der nämlich wahrscheinlich die Praxis darstellt. Nämlich möchte ich ja festhalten, dass es genügt, dass entweder eine Professorin oder eine Assistentin die Studierendenabfrage durchführt. Das gelingt mir, indem ich eine abstrakte Akteurin Forschende einführe. Eine Forschende kann eine Studierendenabfrage durchführen und ich lasse nun Professoren bzw. Assistentin von der Forscherin erben und somit erben sowohl die Professorin als auch die Assistentin von der Forschenden die Möglichkeit zur Abfrage von Studierendaten. Auf dieser Folie ist das bei der Vorfolie genutzte Muster noch einmal dargestellt. Das heißt, habe ich zwei Akteurinnen a und b mit einem Anwendungsfall x verbunden, so ist hier ein und zwischen a und b gegeben. Das heißt, a und b kommunizieren mit x. Möchte ich, dass a und b oder b mit x kommunizieren, so führe ich eine abstrakte Rolle c ein, von der a und b erben und die abstrakte Rolle c verbunde ich mit dem Anwendungsfall x. Somit ist die Generalisierung die einzige mögliche Beziehung zwischen Akteuren. Im nächsten Video wollen wir alles bisher kennengelernte zu Anwendungsfällen anhand von ein paar Beispielen demonstrieren. Untertitelung des ZDN Vielen Dank.